Herzlich willkommen an der Urania Berlin. Wir freuen uns sehr, dass Sie auf virtuellem Wege hier bei uns sind. Heute Abend sind im Gespräch Alayda Aßmann mit Manfred Osten über das Thema Menschenrechte und Menschenpflichten. Ein vielleicht zunächst etwas abstraktes Begriffspaar, was die beiden im Gespräch mit Leben füllen werden und auch auf die Aktualität hin ausloten werden. Ja, viele von Ihnen wissen es ja, der heutige Abend ist Teil der Gesprächsreihe Manfred Osten trifft. Einmal im Monat hat Manfred Osten interessante Menschen zu Gast aus verschiedenen Disziplinen, um über wichtige Fragen zu sprechen, auch über Zeitlose. Im Anschluss an das Gespräch werde ich Ihnen noch einen kurzen Ausblick geben auf die nachfolgenden Veranstaltungen. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen anregenden Abend und übergebe gerne das Gespräch. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ebenfalls zum Gespräch mit Alayda Aßmann über ihr wichtiges Buch mit dem Titel, bereits erwähnt, Menschenrechte und Menschenpflichten und dem Untertitel Schlüsselbegriffe für eine humane Gesellschaft. Und ich denke, dass nach diesem Buch ein hochaktuelles Thema gesetzt ist, nämlich die Frage eines neuen Gesellschaftsvertrages, der dringend notwendig erscheint im Zusammenhang mit den Entwicklungen der Migration seit 2015 in Europa insgesamt. Und diese Überwindung dieser gesellschaftlichen Spaltung ist eines der zentralen Themen, denen sich Frau Alayda Aßmann widmet in diesem Buche. Und ich denke, dass wir damit beginnen sollten, dass wir zunächst einmal eine Frage stellen, die im Zusammenhang steht mit diesem Gesellschaftsvertrag. Bei dem Frau Alayda Aßmann Hinweis auf die natürlich rechtlichen und politischen Voraussetzungen, die notwendig wären, um einen solchen Vertrag zu verwirklichen. Aber viel wichtiger ist für Sie, liebe Alayda Aßmann, ja, sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das heißt, wie gehen wir miteinander um? Und damit habe ich eine erste Frage. Sie weisen ja eindrucksvoll zurück in die große Tradition dieser Umgangsformen, das heißt bis hinein in die altägyptischen Weisheitslehren. Aber sie zeigen auch auf, dass es eine große christliche Tradition gibt. Also die sieben Werke der Barmherzigkeit und auch Siegfried Krakauer hat 1919 oft den Begriff, der christlichen Begriff, wenn Sie so wollen, der Menschenliebe rekurriert. Meine Frage ist, diese Spaltung in der EU führt mich zu der Frage, dass in der EU, selbst in der Verfassung der EU, man sich konsequent geweigert hat, mit irgendeinem Wort Bezug zu nehmen auf die christliche Tradition Europas. Und da wäre hier meine Frage, welche Hoffnung verbinden Sie mit diesem kulturellen Arme, mit dieser großen Tradition, die Sie in Ihrem Buch schildern? Wie weit sind wir überhaupt, und das ist eine Frage auch ganz für Sie als Gedächtnisforscherin, im Rahmen der Vorgänge, der Erosion des kulturellen Gedächtnisses eigentlich heute noch in der Lage, diesen großen Schatz an Tradition über die Fragen des Umgangs miteinander, ihn wirklich für uns sinnvoll umzusetzen in die Praxis? Vielen Dank. Sie haben gleich von Ägypten auf die christliche Tradition zugesteuert. Mein Interesse war allerdings eher so etwas wie das Menschheitsgedächtnis als solches anzuzapfen, ohne mich gleich auf irgendeine besondere Tradition wiederum zu beschränken oder die besonders in den Vordergrund zu stellen. Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt hingewiesen habe auf die biblische und jetzt auch neutestermittliche Tradition zum Thema Menschenpflichten und auf die Werke der christlichen Barmherzigkeit, dann könnte ich zum Beispiel auch hinzufügen, dass das ein vorwiegend mittelalterliches, spätmittelalterliches Konzept war, das bis zu Cusanus ganz wirksam war, aber von Luther schon nicht mehr besonders geschätzt, weil ihm da wiederum zu viel Werkgerechtigkeit im Spiele war. Und wenn wir zu Kant kommen, dann hat er diesen Begriff der Menschenpflichten in dem Sinne, wie ich ihn hier wieder aufbauen möchte, sofort verworfen, indem er die goldene Regel durch seinen kategorischen Imperativ ersetzte. Also meine Pointe ist eigentlich ein etwas anderer Weg. Nicht eine große alteuropäische Tradition wieder aufrichten. Ich muss auch sagen, dass ich in den ersten Jahren meines Lebens, Jahrzehnten meines Lebens im Kalten Krieg gelebt habe. Das war ein Europa der Polarisierung. Und da wurde der Begriff des christlichen Abendlands sehr tendenziös beschworen. Also mich hat er da nicht mit gerissen. Und im Gegenteil habe ich mich da eher auf andere Traditionen ausgerichtet. Deswegen würde ich erst mal diesen Begriff jetzt der christlichen Tradition einordnen in eine sehr viel vielstimmigere, in einen sehr viel vielstimmigeren Gesang von Stimmen, die tatsächlich alle miteinander zusammen stimmen, weil sie sich um dasselbe Thema kümmern und dasselbe Anliegen haben. Nämlich, wie sie einleitend auch so wichtig gesagt haben, das menschliche Zusammenleben neu zu ordnen in dem Sinne, dass die Mitmenschlichkeit da in den Vordergrund gerückt wird. Menschen sind ja nicht nur friedliebend. Sie haben sehr, sehr viele Eigenschaften und Gefühle und sind auch zu sehr vielem bereit. Also man muss Menschen immer wieder in diese Richtung hinein zivilisieren. Und genau das ist das Anliegen, dass alle Kulturen der Welt, möchte ich jetzt wirklich so betonen, haben. Sie haben, und das ist eben die Entdeckung dieser Tradition, die durch alle Kulturen der Welt geht. Sie haben Regeln für ein friedliches, einvernehmliches Zusammenleben, ein Miteinander entwickelt. Und es ist eigentlich an uns, diese Regeln wieder mal zusammenzuholen, zusammenzubinden. Sie wurden noch nie zusammengebunden. Wir haben eben nicht eine Tradition, sondern ganz viele, die wir zusammennehmen können und die wir tatsächlich als eine Art Gedächtnis der Menschheit, der Menschheit auch wieder vorlegen können. Also das war eher der Impuls, vieles zusammenzuholen. Immer mit der Voraussetzung, dass es nicht die Ideen dieser einen Tradition waren, über die ich schreibe, sondern das sind nur Beispiele dafür, dass tatsächlich so etwas wie die Goldene Regel, diese Weisheitsliteratur durch alle Kulturen und Religionen der Welt hindurch geht und in diesem Sinne wirklich eine universelle Tradition ist. Ja, das Bewusstsein dieser universellen Tradition, über die Sie sprechen und über die Sie so wunderbar schreiben in Ihrem Buch, war ja, damit komme ich zu dem nächsten Schritt eigentlich in Ihrem Buch, zumindest im Ersten Weltkrieg offenbar in Vergessenheit geraten. Und 1919, nach dem Zivilisationsbruch, der praktisch damit schon begonnen hatte, hatte ja, und Sie erwähnen ihn ausdrücklich, Siegfried Krakauer darüber nachgedacht, wie man eigentlich eine neue universalistische Gesellschaftsordnung statuieren könnte. Er hat es damals genannt, Sie haben mir das notiert, die sogenannten humanen Tugenden. Das war 1919, zu einer Zeit, als die Menschenrechte noch nicht bekannt waren. Der Übergang dann nach dem Zweiten Weltkrieg, dem noch größeren Tabubruch, hat dazu geführt, dass tatsächlich die Menschenrechte dann proklamiert worden sind. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat dazu geführt, dass wir nun in einem ganz neuen Problemkreis stehen, den Sie selber, bei dem Sie die Frage stellen, welche Reichweite haben eigentlich diese Menschenrechte? Und vielleicht, dass Sie dazu mal zunächst ein paar Worte sagen. Ja, sehr schön, dass Sie zurückgehen zum Ersten Weltkrieg. Denn das war ein so erschütterndes Erlebnis, eine solche erschütternde Erfahrung, dass sehr viele angefangen haben, sich zu überlegen, wie kann eine neue Weltordnung aussehen? Und zu denen gehörte zum Beispiel neben Krakauer auch Stefan Zweig, der von einer Entgiftung Europas sprach und sich fragte, wie das passieren könnte. Und der im Grunde sehr genau schon vorstrukturiert hat, dass Europa, in dem wir heute leben, er wollte den Nationalismus, diesen toxischen Nationalismus überwinden durch eine Zusammenführung der Nationen unter einem nicht mehr martialischen Vorzeichen, sondern als ein Friedensprojekt und auch als ein Projekt des gegenseitigen Kulturaustauschs. Das war bei Krakauer war es auch so, dass er sich da engagiert und es ist nicht zufällig, dass es hier auch zwei Juden waren, die an dieser neuen Weltordnung gearbeitet haben. Es gab Gegenbewegungen und da würde ich mal Karl Schmitt nennen, der gleichzeitig die Theorie von Freund und Feind entwickelte. Und eigentlich nach diesem zu Ende gegangenen Krieg geistig mobilisierte und dieses Denkmodell des Freund versus Feind ganz stark gemacht hat und leider auch sehr, sehr viel Resonanz bekommen hat. Es kam also zum Zweiten, zu dem entscheidenden Zivilisationsbruch und es war der Moment, dass die Menschenrechte zunächst mal, die Menschenpflichten haben wir jetzt noch nicht im Blick, aber dass erst mal die Menschenrechte neu verankert wurden. Sie waren ja nicht neu. Das Merkwürdige ist eben, sie werden deklariert, aber sei es in USA, sei es in Haiti, sei es in Frankreich, sie sind im 18. Jahrhundert deklariert worden, aber sie bleiben nicht einfach stehen. Sie müssen ständig wieder neu erkämpft und erhoben werden. Und das gilt eben auch für 1948 und René Cassin, der ja da sehr entscheidend mitgewirkt hat, der zusammen mit Stéphane Essel, an den wir ja hier noch in Erinnerung haben, das sind, das war jemand, der eben auch beide Weltkriege mitgemacht hat, der erheblichen Teil seiner Familie im Holocaust verloren hat und der genau an dieser neuen Ordnung Europas mitgearbeitet hat und die Menschenrechte neu deklariert hat. Und das war ja im Dezember 1948 und ein paar Monate später, ich glaube sechs Monate später, im Mai ist dann das westdeutsche Grundgesetz gezeichnet worden. Und da sind diese Sätze wieder aufgenommen worden, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und dieser Satz wiederum ist dann nochmal in unsere Rechtsordnung eingegangen am 3. Oktober 1990, als dieses Grundgesetz Verfassung, deutsche Verfassung wurde. Und auch da ist nochmal, sind die Menschenrechte in diesem Sinne als Grundlage unserer Verfassung bestätigt worden. Ich würde nun sagen, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die aus der Geschichte heraus auch sehr, sehr gut verständlich ist. Aber damit haben wir überhaupt erst einen Rahmen, in dem der dann nochmal gefüllt werden muss. Also wir haben natürlich auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Cassin hat dafür gesorgt, dass es, wie er das nannte, einen Durchsetzungsmechanismus gibt. Vorher waren Deklarationen nur Deklarationen. Es war sehr schwer einklagbar. Und den haben wir in Europa. Es gibt diesen durch den Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte. Und mit dem ist ja auch der Europarat eng verbunden. Also wir haben auf der europäischen Ebene eigentlich eine Rechtsordnung, in denen jetzt die Menschenrechte verankert sind. Und das reicht mir aber nicht, weil ich das eben für einen sehr wichtigen Rahmen halte, der noch gefüllt werden muss. Und deswegen spreche ich auch von dem Verhältnis zwischen Menschenrechten und Menschenpflichten als einem Ergänzungsverhältnis. Die machen sich keine Konkurrenz in keinster Weise, sondern die Menschenrechte bilden den Rahmen, der durch die Menschenpflichten gefüllt wird. Und die Menschenpflichten sind, wie Sie das auch gerade gesagt haben, sind sozusagen der Alltag im Sozialen. Das ist das alltägliche Miteinanderleben, miteinander zurechtkommen. Und das wird natürlich, dafür braucht es ebenfalls Regeln und nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Das muss eingeübt werden. Und darüber müssen wir überhaupt neu nachdenken in einer Zeit, wo, wie es ja immer wieder heißt, der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht mehr trägt, wo die Gesellschaft auseinanderbricht und vor allem die Fremdenfeindlichkeit als eine neue Bedrohung grassiert. Also die humanen Tugenden stehen im Moment nicht im höchsten Kurs, solange die Globalisierung unsere Gesellschaften sehr stark verändert. Wir sehr viele Migranten und Immigranten haben, die die Städte und Schulen und das Zusammenleben in Nähebeziehungen inzwischen ganz stark prägen, mitprägen und verändern. Und in einer solchen Welt macht sich natürlich auch neu eine Form der Fremdenfeindlichkeit breit, die angeschürt wird von einer politischen Rhetorik, die diese Fremden als Bedrohung sieht. Also der Fremde ist zunächst einmal nur ein anderer Mensch. Aber diese Fremdheit ist ja steigerbar durch die politischen Inszenierungen. Und so kann man den Fremden zur Bedrohung stilisieren. Man kann ihn aber auch wieder zum Mitmenschen machen und zurückholen. Und da setzen dann genau die Menschen Pflichten an. Ja, vielen Dank, Frau Aßmann. Sie haben gerade erwähnt den europäischen Ursprung der Menschenrechte. Und ich denke, das ist eines der großen Probleme, die Frage nämlich der Universalisierbarkeit der Menschenrechte. Das führt ja so weit, dass man da sogar von einem neokolonialistischen Manöver spricht etc. Meine Frage ist, wie werden wir mit diesem Problem fertig? Weil es ja eine ganze Reihe von Ländern gibt, die offenbar sich mit diesen Menschenrechten, vor allen Dingen weil sie eben europäischer Herkunft sind, nicht anfreunden können. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, dass ja mit diesen Menschenrechten, das sagen Sie selbst in Ihrem Buch, ein radikaler Individualismus in diesen Menschenrechten europäischen Ursprungs, also im Namen der Sakralität der Person eingeschrieben ist. Das würde mich nun ganz besonders interessieren, wie wir damit mit diesem Problem fertig werden, im Verhältnis etwa zum Beispiel gegenüber China. Also mich würde das interessieren, wie weit wir gerade gegenüber China ja immer wieder die Menschenrechte betonen. Welche Zukunft haben die Menschenrechte in diesem Zusammenhang aus Ihrer Sicht? Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und ein Teil meines Interesses, den Begriff der Menschenrechte zu kompletieren, durch den der Menschen Pflichten, hängt genau damit zusammen. Die beiden Begriffe ergänzen sich, denn sie haben einen ganz anderen Stammbaum, wie Sie ja gerade betonen. Das eine ist ein europäisches Produkt der Aufklärung und wird universalisiert und über die Welt verbreitet und dort eben zum Teil als fremden Ursprungs empfunden. Etwas, was nicht unbedingt in alle Kulturen hineinpasst. Wenn ich jetzt den Begriff der Menschenpflichten stark mache, dann haben wir ein Konzept mit einem ganz anderen Stammbaum. Also 4000 Jahre Menschheitsgeschichte, ein Denken, das eigentlich durch alle Kulturen und Religionen hindurch geht und tatsächlich in diesem Fall den Menschen als Mitmenschen in den Mittelpunkt stellt. Und die grundlegenden Regeln, die damit verbunden sind, sind eigentlich überlauf der Welt als intuitive Moral anerkannt und werden auch so praktiziert. Es sind die Regeln vor der Achtung, vor dem Schutz des Lebens, einem fairen Umgangs, der Gastfreundschaft, aber auch der Schutz der Schwachen. All das zeigt sich in der Tradition dieser Menschenpflichten, dass dieses zentrale Thema eigentlich sich durchhält und in der goldenen Regel kulminiert, die nämlich da lautet, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist ein Grundsatz, der überall auf der Welt verstanden wird und da kann man nicht von universal sprechen, sondern muss von universell sprechen, denn der ist ja überall erfunden worden und verständlich. Es ist also kein Exportartikel, der immer noch sozusagen durch seine Herkunft in der Anwendungsweite eingeschränkt wäre. Und diese goldene Regel, würde ich mal sagen, setzt zunächst mal immer schon zwei voraus. Dass man das Individuum nicht ausschließlich, und das ist vielleicht eine westliche Übertreibung nur vom Individuum ausdenkt. Das ist zu kurz gegriffen. Denken wir auch noch mal an die Zeit von Krakauer, denn als dessen er über humane Tugenden nachdachte, dachte man Martin Buber über ich und du nach. Das ist eine ganz andere Anthropologie, die nicht das Individuum freistellt und als Konkurrenten neben anderen aufbaut. Denn das war ja die Form, in der die westliche Gesellschaft das Individuum dann auch gestärkt hat im Sinne einer Wettbewerbs- oder Ellenbogensgesellschaft, einer Leistungsgesellschaft, wo der eine den anderen überbieten muss, sehr stark aus dem alten Griechenland herausgewachsen. In der Form von agonalen Formen des sich hervortuns, bester und erster werden und solche Sachen. Also wenn Martin Buber nach dem Ersten Weltkrieg ich und du schreibt, dann ist das ein anderer anthropologischer Ansatz, der auch in der westlichen Tradition eine große Rolle spielt, jetzt auch wieder aus dem Judentum kommt und tatsächlich diese Frage der Mitmenschlichkeit ins Zentrum stellt. Und von daher würde ich doch sagen, gibt es hier ein Angebot oder eine Möglichkeit, die starke Betonung des Einzelnen, der in den Menschenrechten verankert ist, die Würde der Person sehr gut zu vermitteln und zu ergänzen durch diesen anderen Ansatz, der den Menschen von vornherein als Mitmenschen denkt. Denn das ist ja die Erfahrung, die wir von Anfang an haben. Wir sind als Menschen nie auf uns selbst gestellt. Wir sind in dem Sinne nie autonom. Wir sind angewiesen auf andere. Und diesen Ansatzpunkt könnten wir auch gerade in den Menschenpflichten stärken. Ja, vielen Dank. Sie bringen mich selbst auf einen Gedanken, der mich schon bewegt hat in einer sehr langen Zeit, in der ich in Asien tätig gewesen bin. Gerade dieser letzte Gedanke, den Sie erwähnen, der ist ja im Grunde bereits vor Christus längst erfunden worden, nämlich durch Konfuzius in China. Denn die dortige Reisbauernkultur ist ja eine hydrologische Reisbauernkultur, wie überhaupt in ganz Ostasien. Das heißt, das Geben und Nehmen des Wassers in diesen Feldern verlangt also ein Miteinander. Und daraus resultiert eben auch im Konfuzianismus. Und China hat ja nicht nur die Schrift, sondern auch den Konfuzianismus gewissermaßen in die umliegenden Nationen hineingetragen, sie damit eigentlich kulturalisiert. Daraus ist entstanden im Grunde so etwas wie ein Pflichtenkatalog, der resultiert aus der Tatsache, dass der Mensch eben, dass der andere existenziell für mich wichtig ist. Und zwar aus einem sehr konkreten Hintergrund. Mit der Folge, dass Konfuzius davon überhaupt ausgeht, dass der Mensch nicht einfach mit Freiheitsrechten geboren wird, sondern mit Pflichten. Und zwar mit Dankespflichten gegenüber den Eltern. Er erklärt das im Lundjü, also in den Gesprächen mit seinen Schülern. Für das größte, als Dankespflicht, für das größte Gut, was man erhält, das ist das Leben. Und das ist eine Dankespflicht, die nie abgetragen werden kann gegenüber den Eltern. Und daraus, aus diesem Pflichtenverhältnis resultieren auch die übrigen großen fünf sozialen Pflichten, aus denen ja über Jahrtausende hinweg das ganze chinesische Gesellschafts- und Staatswesen aufgebaut ist. Das heißt, wir haben es also dort mit einer ganz anderen Welt zu tun, die also in diesem Sinne einen radikalen Individualismus, den Sie in die europäischen Menschenrechte eingeschrieben sehen, der dort gar nicht existent ist. Und ich darf hinzufügen, dass man in China in diesem Sinne Menschenrechte heute versteht und mit einem ganz anderen Kontext, in dem man sagt, uns ist es gelungen, Menschenrechte zu verwirklichen in den letzten 40 Jahren, indem wir es geschafft haben, über 700 Millionen Menschen aus der tiefsten Armut zu befreien. Und dann ist dort außerdem noch das interessante Argument, dass wir Europäer dort im Grunde 200 Jahre lang die Menschenrechte mit Füßen getreten haben. Man erinnert sich, dass in Tsingtau vor den Häusern der Deutschen auf dem Rasen das Schild stand, betreten von Chinesen und Hunden verboten. Ich denke, dass das also ein Aspekt ist, den man einfach auch mal im Auge behalten sollte, dass wir hier also eine ganz andere Welt haben, in der der Begriff der Menschenrechte europäischer Konvenienz einen ganz anderen Klang hat, weil er hier im Grunde primär eigentlich von den Menschenpflichten ausgegangen werden muss. Ja, das ist sehr bedenkenswert, diese Tradition. Es ist wichtig, die Geschichte aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu führen. Und in der Tat ist Europa mit diesen Menschenrechten zum Teil sehr gewalttätig umgegangen und sehr selektiv. Es heißt ja am Anfang erst mal in Frankreich, es sind nur die Männer, die diese Freiheit genießen. Und dann auch in England hat der Locktis an den Besitzindividualismus gebunden. Es gab viele, viele Einschränkungen zunächst einmal. Und als in Haiti eine Revolution gegen koloniale Frankreich passierte und die sich auf die Menschenrechte beriefen, wurden sie danach natürlich nicht anerkannt. Und der ist tatsächlich, der Toussaint Louverture, der Anführer, ist tatsächlich in Paris dann auch noch zu Tode gebracht worden. Also die Menschenrechte waren da, aber wie sie umgesetzt wurden, das war eine ganz andere Frage. Und es gab natürlich auch die Geschichte der Sklaverei. Man hat immer Unterschieden zwischen Menschen und solchen, die nicht als Menschen gelten. Und das eben auch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Juden, die nicht als Menschen gelten. Ihnen also den Status des Mitmenschen abzusprechen. Sie so zu behandeln, dass alle Regeln, die eigentlich Mitmenschen gegenüber verpflichtend sind, ausgesetzt sind. Das ist der Zivilisationsbruch. Und das hat natürlich zu einer neuen Aufmerksamkeit geführt auf Autoren, die ich jetzt genannt habe, Krakauer, Buber und dann auch natürlich Levinas, der Buber gelesen hat und hat diese Frage der Menschenpflichten und einer neuen Philosophie der Mitmenschen sehr stark jetzt nicht auf die Gruppe, die größere Gruppe bezogen, sondern auf genau das Verhältnis zum Verfolgten, zum Schwachen und zum Einstehen für dessen Schutz und Sicherheit. Also darauf ist sozusagen unsere Rechtsordnung gegründet, gerade eben auch dem als Minderheit ausgegrenzten und verfolgten Menschen. Und wenn wir diese Frage nun aufnehmen und dann kommen doch wieder die Menschenrechte mit den Menschenpflichten enger zusammen, dann ist es eben auch die Frage, wo finden wir heute solche Zustände, wo tatsächlich diese Mitmenschlichkeit sozusagen unterschritten wird, wo diese Mitmenschlichkeit nicht gelebt wird. Und da fallen mir heute auch die Demonstrationen ein in autoritären Regimen wie Myanmar, wo die Menschen sich eben auf ihre Menschenrechte berufen und da deswegen verfolgt werden. Also und sich unmittelbar zivil präsentieren und gewaltfrei, aber als eine Gewaltbedrohung, als ein Terrorismus gegenüber für die Regierung wahrgenommen werden. Das ist auch in Belarus der Fall, es ist auch in Russland der Fall. Also wer sich für Menschenrechte einsetzt und für den Schutz der Verfolgten gilt als Terrorist. Und das sind eigentlich die Dimensionen, die wir dann noch mit hinzunehmen müssen, um diese beiden Begriffe nochmal zu schärfen auf die Situation, in der wir uns heute weltpolitisch auch befinden. Ja, gehen wir nochmal auf unsere eigene Situation zurück. Die Frage, wie weit wir wirklich praktisch die Menschenrechte umsetzen könnten in unserer Gesellschaft, im Sinne auch eines neuen Gesellschaftsvertrags. Diese Frage hat ja schon 2017 Lothar de Maizière gestellt. Und Sie erwähnen auch in Ihrem Buch diese zehn Thesen. Meine Frage in dem Zusammenhang, wie weit sind diese zehn Thesen heute eigentlich noch geeignet, wirklich geeignet im Lichte der Flüchtlingsbewegungen, die seit 2015 stattgefunden haben? Wie sehen Sie diese zehn Thesen, die ja im Grunde Thesen für eine Leitkultur gewesen sind? Richtig, ja. Diesen Begriff hat der Basam Tibi mal eingeführt und hatte aber was ganz anderes damit im Sinn. Aber der Begriff der Leitkultur hat dann ziemlich politisch Fortune gemacht und ist, ich würde sagen, inzwischen aus dem Verkehr gezogen nach einigen Fehlversuchen. Und ich glaube, man kann auch ganz gut jetzt auch aus dem Abstand heraus erklären, was da passiert ist. Das war ja 2017, als diese Leitkultur-Thesen von de Maizière vorgestellt wurden. Und ich würde sagen, das war so etwas wie eine Selbstvorstellung der Deutschen für die, vor allem wenn das das gewesen wäre, wäre es auch noch okay gewesen. Wir sind diese komischen Typen und jetzt wisst ihr, wie wir ticken. Und ich sage euch mal zehn Punkten, wie die Deutschen ticken. Ja, das wäre irgendwie noch liebenswert und auch höflich und auch vielleicht etwas demütiger gewesen. Aber so sind die gar nicht formuliert gewesen. Ich habe mir sie gerade noch mal angeschaut. Das ist also ein Text, der immer in einem Wir geschrieben ist. Also jeder Satz ist, wir sind. Wir sind. Und der aber auch das Gegenüber dieses Fremden, mit dessen Hilfe man sich gerade abgrenzt, gar nicht im Blick behält. Also es ist nicht eine ausgestreckte Hand, sondern es ist erst mal eine Warnung. Und die Warnung ist sehr asymmetrisch und kommt sehr stolz und auch sehr antagonistisch daher. So ein Satz wie, wir verknüpfen Ehre nicht mit Gewalt. So, das müssen die erst mal schlucken. Und dann der nächste Satz, wir sind Kulturnation. Wir sind aufgeklärte Patrioten. In dem Stil geht das immer weiter. Also es ist eine Aufzählung des Stolzes und der Abgrenzung. Und was in diesem ganzen Text gar nicht vorkommt, ist, wer seid denn ihr? Und wie können wir vielleicht mit euch zusammen ein neues Wir zu Wege bringen? Dieser Gedanke ist noch ganz in weitester Ferne. Es ist gar nicht angeklungen. Und es wird auch nicht gesagt, wir freuen uns darauf, dass ihr dazukommt und uns in manchen Dingen helft und wir vielleicht mit euch etwas Neues zustande bringen. Diese Stimmung ist überhaupt nicht zu spüren. Aber ich habe ja nicht nur diesen Text hinten im Anhang abgedruckt. Ich habe auch noch die Erklärung des Interaction Council von 1997 mit abgedruckt. Das sind 19 Grundsätze. Und das Spannende ist, da liegen 20 Jahre jetzt dazwischen. Und also de Maizière 2017 und das war 1997. Und ich muss sagen, diese andere Erklärung ist das absolute Gegenteil von dieser Leitkultur-Rhetorik. Da geht es von Anfang an, die richtet sich an alle Menschen und beruht wirklich zunächst einmal auf dem, was ja auch im Grundgesetz steht, auf der Anerkennung der Würde aller Mitglieder der menschlichen Familie, wie sie sich ausdrückt. Also alle Menschen haben, heißt es dann auch in diesen verschiedenen Grundsätzen, die Verantwortung, vor Ort eine bessere Gesellschaftsordnung zu fördern. Das heißt, wir haben vielleicht die beste aller möglichen Gesellschaftsordnungen. Aber wir müssen sie auch fördern, sozial. Das heißt, wir alle müssen als Bürger dazu beitragen, dass das auch umgesetzt wird. Und diese 19 Artikel werden angeboten, sozusagen als ein gemeinsamer Maßstab für alle Völker und Nationen, also nicht ausgrenzend und ausschließend und als eine Aufforderung, das nun in die Praxis auch umzusetzen. Und insofern würde ich mal sagen, diese erste Menschenpflicht besteht darin, Menschen menschlich zu behandeln. Ja, so einfach ist es, Menschen menschlich zu behandeln. Und das heißt auch, sie nicht in Eigengruppe und Fremdgruppe erst mal aufteilen und zu kategorisieren, sondern sie zunächst mal Gutes zu fördern und Böses zu meiden. Das sind so die universellen moralischen Intuitionen, die ja auch gefordert sind. Und letztlich ist das alles im Sinne von Karl Jaspers gehalten, den wir dann später entdeckt haben als unseren Patron, auch beim Friedenspreis mit dem Motto, wahr ist, was uns verbindet. Also die Idee, wir machen jetzt nicht unsere Selbstvorstellung und sagen, wie anders wir sind und machen euch immer wieder klar, dass ihr hier praktisch nicht reinpasst, sondern wir schauen erst mal, was uns verbindet und bauen darauf eine neue Gesellschaftsordnung, einen Gesellschaftsvertrag auf. Also in diesem Sinne denke ich, dass dieser 19 Artikel von 20 Jahre früher, also 97, das waren ja bedeutende Staatschefs, die das auf den Weg gebracht haben. Das war Helmut Schmidt, Shimon Peres, Franitzki von Österreich und noch viele andere. Und die haben das formuliert und haben es also einige Jahre, sozusagen knapp ein Jahr, ja ein paar Jahre nach der Wiedervereinigung an die UN geschickt mit der Maßgabe, das möge man doch in den verschiedenen Staaten verbreiten und vor allem in den Gesellschaften auch umsetzen. Und genau das ist nicht passiert. Diese Menschenpflichten sind in einer Schublade der UNO gelandet und da schmoren sie sozusagen heute noch. Und ich mache mir halt sozusagen die Mühe und versuche sie ins Gespräch zurückzubringen und ihren Mehrwert auch deutlich zu machen gegenüber gerade der Leitkultur-Initiative von de Maizière, die übrigens ja auch mit dieser Initiative des Kulturrats, ich habe hier das für kulturelle Integration auch nochmal erneuert wurde. Das waren 15 Aktionen. Das war sehr gut. Die Aktion ist sehr, sehr positiv und anerkennenswert. Das war dann schon mit sehr vielen Institutionen, die da zusammengewirkt haben. Das sind sehr, sehr gute Impulse. Aber der gesamte Tenor oder der Rahmen für solche Aktionen sollte das Konzept der Menschenpflichten sein und nicht das einer Leitkultur. Ja, Frau Aßmann, Sie haben es erwähnt, diese allgemeine Erklärung der Menschenpflichten ist in der Schublade der Vereinten Nationen verschwunden. Wenn ich diese 19 Artikel richtig sehe, geht es primär darum, dass diese 19 Artikel bekannt gemacht werden müssen in der Gesellschaft. Und meine Frage ist, wie weit wäre es aus Ihrer Ansicht möglich, heute diese Artikel, die ja im Grunde alle Differenzen, die sich aus religiösen oder kulturellen Gründen ergeben, unterlaufen und deshalb von hoher Aktualität sind. Wie können wir darauf hinwirken, dass Sie stärker wieder ins Bewusstsein eintreten, es vor allen Dingen dorthin gelangen, wo Sie ja ursprünglich auch intendiert sind, nämlich vor allen Dingen auch in die Schulen. Dass Sie also mit in den Kanon der Schulen aufgenommen werden, etwa über eine Entscheidung der Kultusministerkonferenz, um mal ganz konkret zu sagen. Sehen Sie da irgendwelche Chancen, diese vordringliche Aufgabe überhaupt heute hier politisch und auch gesellschaftlich und auch medial irgendwie weiter zu verbreiten? Ja, vielen Dank, Herr Osten. Wir tun es ja gerade und ich finde es super, dass Sie das herausholen aus dem Buch. Das steht im Anhang. Sie haben das sorgfältig gelesen. Sie haben das auch verglichen. Sie verstehen jetzt auch meinen Appell, warum ich das für den weitaus besseren Text halte als das, was danach gekommen ist. Und in der Tat möchte ich noch hinzufügen, Artikel 7 von den 19 Artikeln ist ein Artikel zum Schutz von Natur und Umwelt. Das gehört natürlich heute ganz oben auf die Liste der Menschenpflichten, die uns global verbinden. Auch dazu die Schonung der natürlichen Ressourcen und dieses globale Umweltbewusstsein. Also diese, kurzum, dieser Katalog der Menschenpflichten, der sollte in die Praxis zurück, denn darauf ist er gemünzt. Und man kann ihn ja diskutieren, man kann feststellen, dass manches nach 30 Jahren etwas altmodisch klingt. Man kann das ja jederzeit updaten. Man kann da eine Gruppe finden, die das vielleicht nochmal in die Gegenwart jetzt übersetzt mit ihren ganzen Dringlichkeiten. Aber der Grundimpuls ist wirklich der, den wir jetzt brauchen, diese ganzen Unterschiede zu unterlaufen und uns zu besinnen auf ein gemeinsames Fundament, was eben dann auch die Menschenrechte global stärkt, aber eben mit Impulsen, die aus den Kulturen selber herauskommen können und denkbar sind, weil es sich um diese Menschenpflichten handelt. Und vielleicht ja, diese politische Konsequenz, die Sie jetzt beschreiben, ist sehr gut. Wir können in Deutschland ja damit mal anfangen. Und Kultusministerkonferenz finde ich eine sehr gute Idee. Auch die Schulen könnten davon sehr profitieren. Wir machen es jetzt gerade mal bekannt, hoffen, dass es Neugier auf Neugier und Interesse stößt. Und es gibt auch eine neue Veröffentlichung übrigens aus dem letzten Jahr. Und zwar, da ist das in 44 Sprachen, glaube ich, abgedruckt. Also das ist auch auf der ganzen Welt dann gut lesbar und verständlich, wenn diese Ausgabe dann auch Verbreitung findet. Ja. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit der Rezeption dieser 19 Artikel jetzt gerade in unserer Zeit? Gibt es dazu irgendjemanden, der die Sache aufgegriffen hat, jetzt in der Gegenwart? Gibt es dazu irgendwelche Kommentare? Haben Sie das mitverfolgt? Ich habe nur mitbekommen, dass ich angeschrieben wurde von diesen Leuten, die diese Übersetzung gemacht haben, die es gerade wieder neu aufgelegt haben als Buch. Und tatsächlich, dieses Buch ist jetzt greifbar. Aber das ist eigentlich nicht mehr als der Hinweis darauf, es gibt etwas. Wer sich jetzt der Sache weiter annimmt und das auch einsetzt. Das ist noch offen, aber vielleicht sollte man eine große Aktion machen, das erstmal überall rumzuschicken, so wie ja auch der Kulturrat für Integration mit seiner Broschüre uns alle auch versorgt hat. Vielleicht sollte man das wirklich in eine sehr einfache und leicht zugängliche Form bringen und erstmal verteilen. Und dann kann man darüber weiterreden. Aber das Gespräch sollte fortgesetzt werden. Ja. Frau Aßmann, bevor wir jetzt weitergehen zu den Schlüsselbegriffen für die humane Gesellschaft, die ja zentral sind für die Praxis eines neuen Gesellschaftsvertrages, wollte ich noch mal zurückkommen zu dem von Ihnen bereits wiederholt erwähnten goldenen Riegel, die Sie ja im Zusammenhang sehen, auch mit dem kategorischen Imperativ Kants. Und meine Frage an Sie, dieser kategorische Imperativ hat ja das Problem, dass Kant selber davon ausgegangen ist, praktisch im selben Atemzug gesagt hat, dass der Mensch eben moralisch ein sehr unvollkommenes Wesen ist. Ein moralisch sehr unvollkommenes Wesen. Also welche Universalisierbarkeitsmöglichkeit hat dann der kategorische Imperativ als erste Frage? Und dann eine sehr zentrale Frage, mit der ich auch immer wieder in Asien auf dieses Problem gestoßen worden bin. Das ist die Kritik, die ja Hegel bereits gegenüber dem kategorischen Imperativ erhoben hat. Er hat darauf hingewiesen, dass Unterschiede zwischen Moralität und Sittlichkeit und Moralität betrifft eben nur die reine Innensteuerung des Menschen, während Sittlichkeit im Grunde die gelebte Moralität ist, die Praxis, das Umgesetzten. Das heißt also, wir sind hier wieder bei einem sehr auf das Individuum allein bezogen, dem kategorischen Imperativ. Welche Chancen geben Sie vor diesem Einwand dennoch dieser goldenen Regel? Ja, das haben Sie jetzt sehr schön herausgearbeitet. Herr Osten, Sie haben das wunderbar auseinander entwirrt. Was die Philosophen machen, ist immer eine höhere Reflexionsstufe und gleichzeitig auch etwas, was reiner ist. Was reiner ist im Sinne von abgetrennt von Praxis und Sinnlichkeit und allen möglichen anderen menschlichen sozusagen Affekten. Und diese höhere moralische Stufe, damit verliert der kategorische Imperativ eben auch seine unmittelbare Wirkung und auch Einsehbarkeit. Schon den Satz, einem jungen Menschen zu verklickern, ist gar nicht einfach. Das zu reproduzieren ist schwierig. Tue nur das, was du sozusagen zur Maxime deines Handelns erheben kannst und so weiter. Dann werden die staunen und den Kopf schütteln. Wenn man sie auf die goldene Regel anspricht in einer Schule, egal in welcher Klasse, es kann praktisch schon fast die Grundschule sein und man erklärt ihnen, dass es da so etwas gibt und dann wird niemand sie kennen, wenn man sie so nennt. Goldene Regel hat noch niemand gehört. Aber wenn man anfängt zu sagen, was du nicht willst und dann wird die ganze Klasse einstimmen, dass man der tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist nun wirklich ein Mysterium für mich. Ich bin noch nie an einen Ort gekommen, egal wie alt oder jung meine Zuhörer waren, die diese Regel nicht kannten. Also diese Regel ist bekannt, ohne dass sie tradiert werden muss. Die lernt man auf der Straße. Man ist streetwise, wenn man die kennt. Sie fliegt einem zu. Ich weiß gar nicht, auf welchen Wegen eigentlich, aber ich kann nur sagen, sie ist überall bekannt. Und das hat mich dann doch unglaublich fasziniert, dass wir hier nicht erstmal einen großen Kulturblock aufbauen müssen und Erziehung walten lassen müssen und Institutionen und das vermitteln und den Menschen nahe bringen. Sie kennen das schon. Und dasselbe gilt nicht nur für die Formel, die ja so einfach ist, sondern es gilt auch für den Inhalt. Diesen Inhalt kann jeder sofort verstehen. Das ist eine Form von Gerechtigkeit und Fairness, die überall, sagen wir, Evidenz hat. Es geht um Evidenz. Man braucht man nicht zu lange zu reflektieren. Das ist so ein bisschen auf der Ebene wie eine andere Weisheitsregel, die in den kinderreichen Familien erfunden worden ist. Wenn es irgendwas Gutes gibt und alle möchten einen möglichst gleichen Anteil bekommen, dann gilt immer die Regel, der eine teilt und der andere sucht aus. Das ist ein Prinzip, was Kinder untereinander auch entwickeln können. Das heißt, sie haben eingebaute moralische Maßstäbe oder sittliche Maßstäbe und sie wissen, es gibt eine Verteilungsgerechtigkeit, die läuft so, dass sich hinterher niemand zurückgestellt fühlt und eben keine schlechten Gefühle entstehen. Und schlechte Gefühle möchte man nicht haben. Die muss man hinterher wieder bewältigen. Das führt zu nichts Gutem. Und so geht es jetzt in diesem Fall darum, nicht nur das Böse zu vermeiden und das Gute zu tun, sondern es geht wirklich darum, einen Weg zu finden, der niemanden in eine Verfassung bringt. Ja, vielleicht machen wir dann eine Frage, die mit der Höflichkeit zusammenhängt, im Zusammenhang etwa mit dem 11. September 2001. Der Begriff der Höflichkeit ist die Frage, wie weit er da noch taugt. Was ist nach Ihrer Ansicht heute, was kann eigentlich jetzt eine freie, friedliche Koexistenz auf dem geschrumpften Globus eigentlich sicherstellen? Sie erwähnen in dem Zusammenhang eben nicht die Höflichkeit, sondern eher den Begriff der Anerkennung. Vielleicht, dass Sie dazu einmal ein Wort sagen, warum das eigentlich möglicherweise weiterführt. Ja, das ist ein neuer Begriff, Schlüsselbegriff, der eigentlich mit dem 21. Jahrhundert einen Siegeszug gemacht hat. Und grundsätzlich ist das Thema Anerkennung ein ganz grundmenschliches. Also ein Kollege, Winfried Flug, hat mal gesagt, es gibt das Narrativ, das Aschenputtel-Narrativ, Cinderella-Stories und das sind Anerkennungsmärchen. Also da ist immer jemand verkannt und lebt ein schlechtes und schreckliches Dasein, sehr leidvoll und wartet auf den Moment, dass man entdeckt wird, dass man plötzlich in einer anderen strahlenden Gestalt auftritt und plötzlich von allen die gewünschte Anerkennung findet. Also insofern ist das natürlich ein menschliches Grundbedürfnis, die Anerkennung. Und ohne Anerkennung, also im Zustand der Verkennung leben, das muss ganz furchtbar sein. Das ist kein Leben eigentlich, sodass eigentlich auch hier wieder die Ich-Du-Dialog-Situation von Martin Buber gilt. Der eine ist dafür verantwortlich, dass der andere leben kann, indem er ihn achtet, anerkennt, wahrnimmt und ihm überhaupt den Ort schafft, in dem er dann auch aufblühen und sich zeigen kann. Also diese unmittelbare Aufeinanderbezogenheit von Menschen durch Anerkennung ist aber aus dieser Grundsituation inzwischen zu einer tatsächlich sehr, sehr wichtigen gesellschaftlichen Grundkategorie geworden, weil es eben so viele Gruppen gibt, die sich in diesem Zustand der Verkennung oder Verkanntheit oder auch Missachtung oder Verzerrung gefühlt haben oder einfach existiert haben. Und diese Anerkennung deswegen inzwischen als eine neue, auch demokratische, als demokratisches Grundprinzip anerkannt. Und unter diesem Aspekt ist ja auch der Begriff des Respekts eigentlich jetzt eingeführt worden. Respekt ist im Grunde auch nichts anderes als Anerkennung. Respekt ist eine aktive Form der Anerkennung und insofern nicht nur man toleriert den anderen und man lässt ihn sein, das ist eine eher passive Form von Mitmenschlichkeit, sondern es ist ein eher aktiveres Verhältnis der Achtung und möglicherweise auch der Wertschätzung. Also ich habe, Sie erwähnen Respekt im Hinblick eben auch auf die lateinische Grundformel Respizere, dass eben vor allen Dingen eigentlich mehr die Rücksicht, die Nachsicht mit dem Respekt verbunden ist. Und ich denke, die Frage taucht auf, wie weit in diesem Zusammenhang dieser andere große, wichtige Begriff, welche Relevanz er eigentlich hat, gemessen am Respekt. Das ist der Begriff der Toleranz. Dass wir darüber noch einmal nachdenken, wie weit dieser Begriff tauglich wäre im Zusammenhang mit Ihren Schlüsselbegriffen. Toleranz, dazu gibt es ja dieses berühmte Wort, aus der Weimarer Klassik, sei eine Empfindung, die nur vorübergehender Natur sein sollte. Sie sollte übergehen in Anerkennung oder Respekt, wenn Sie so wollen, denn Dulden heißt Beleidigen. Ist Toleranz selbst also der Respekt der Toleranz eigentlich wohl vorzuziehen? Also der Respektbegriff ist inzwischen vorgezogen worden, dem der Toleranz, aus, glaube ich, zwei Gründen. Die Toleranz ist bisher immer etwas gewesen, was man von oben nach unten gewährt hat. Also da ist eine vertikale Hierarchie eingebunden. Man toleriert irgendjemanden, der einem irgendwie niedriger gestellt ist. Und außerdem hat er mehr den Charakter einer Passivität. Das Tolerieren heißt Dulden, lassen es gehen und bestehen. Wahrscheinlich ist das Dulden eine durchaus auch sehr wichtige und starke soziale Kraft, denn wir können nicht alles wertschätzen und anerkennen. Das ist vielleicht mal eine Überbetonung der Zuwendung. Wir müssen auch einfach nebeneinander koexistieren in friedlicher Weise. Und man könnte das Tolerieren auch wieder stärker machen, in dem Sinne, dass wir sagen, wir müssen in der Lage sein, von ganz vielem abzusehen, was uns am anderen stört. Das könnte ja eigentlich auch eine positive Kraft sein in der Gesellschaft. Wir können darüber hinwegsehen. Wir schauen nicht mehr auf dieses, was uns unterscheidet. Wir schauen mehr auf das, was uns verbindet. Insofern könnte man die Toleranz durchaus auch positiver wieder aufladen und dann als eine Vorstufe zum Respekt zum Beispiel sich vorstellen. Ich glaube, da gibt es ein Kontinuum in diesen Begriffen. Und jedenfalls, wenn Sie mich so fragen, kommt mir in den Sinn, dass die Toleranz wahrscheinlich doch noch nicht ausgedient hat, sondern auch noch gewisse Aufgaben übernehmen muss. Ja, Frau Ossmann, Sie haben gerade diesen erweiterten Begriff, das, was uns nicht trennt, sondern vereint, vor dem Hintergrund multikultureller Parallelgesellschaften, haben Sie einen Begriff in Ihrem Buch aufgegriffen mit dem Begriff der Zivilisation, indem Sie davon ausgehen, dass damit letztlich die Differenz, die im Begriff der kulturellen Identität besteht, eingeebnet wird und wir ein gemeinsames haben. Ist das der Begriff, mit dem man heute operieren könnte, indem wir an die Stelle von Kultur eigentlich Zivilisation setzen? Ja, vielen Dank für dieses Nachkonstruieren meines Gedankens. Letztlich geht es mir um ein wirklich grundlegendes Problem, mit dem wir gerade heute intensiv kämpfen und ringen. Und das ist die Frage, wie kann man auf der einen Seite die Differenz von Identitäten, Stichwort Identitätspolitik. Das ist ein Rat, dass man nicht zurückdrehen kann. Man kann nicht so tun, als wäre das rückgängig zu machen. Mit diesen Anerkennungsdynamiken, wenn die eine Gruppe anerkannt wird, wird die andere auch und dann gibt es neue Erscheinungsformen, die auch wieder auf Anerkennung hin insistieren. Also diese Dynamik lässt sich nicht stillstellen, aber man muss sie irgendwie einhegen, dass sie nicht zur Zersplitterung der Gesellschaft wird und den Gemeinsinn dann eben auch völlig aufzehrt. Und in diesem Sinne wollte ich einen Gegenbegriff finden zur Differenz. Ich habe jetzt mal die Kultur mit dieser Dynamik der Differenz verbunden, denn Kulturen gibt es ja tatsächlich auch nur im Plural und sie unterscheiden sich, fängt an in Europa. Jedes Land hat seine Kulturen, auch durchaus dann auch noch mal im Plural mit Regionalkulturen. Das ist etwas, was in der Vielzahl nur existieren kann. Was wir aber dann zur Einhebung brauchen, ist irgend so etwas, was nur wiederum in der Einzahl funktioniert. Und das ist das Gemeinsame, auf das wir uns als Rahmen beziehen können. Vielleicht ist Zivilisation ein Begriff, der ist zu festgelegt als Gegenbegriff zur Kultur. Vielleicht sollten wir einfach nur sagen Zivilität in Fortsetzung dessen, was wir heute miteinander im Gespräch entwickelt haben. Es geht wahrscheinlich doch um gar nichts anderes als diese Grundlage oder ein gemeinsamer Rahmen der Zivilität, auf den sich alle einigen können. Und wenn man den als gemeinsamen Rahmen sich vorstellt, dann wären ja die Differenzen auch gut auszuhalten. Denn die Differenzen können sich ohne diesen Rahmen verabsolutieren. Sie können dann fundamentalistisch werden. Sie können aber auch, man könnte auch sagen, sie relativieren sich. Unsere Werte sind nichts mehr wert, wenn die der anderen auch so viel wert sind. Also um diese ganzen Fragen einzuhegen, die ja so explosiv gelagert sind und mit so viel Emotionen und auch Gewaltpotenzial und Trennungswahn sich verbinden, indem man sich auf das Gemeinsame als das Zivile einigt, was man gemeinsam definiert. Vielleicht sollten wir zum Schluss auf noch einen anderen Begriff kommen, der vielleicht noch mehr als das, was wir jetzt gesprochen haben, noch mehr das Gemeinsame in den Blick rückt. Die haben diesen Begriff sogar genannt, bezeichnet als eine Art universelle Ressource. Ich meine den Begriff der Empathie, dass wir darüber vielleicht noch einmal kurz sprechen. Das heißt, dieser oftmals wichtige, ganz besonders wichtige Schlüsselbegriff für eine neue Gesellschaftsordnung ist ja etwas, womit wir uns in einer Weise erweitern können in der Wahrnehmung des Anderen, das sogar hinführt zu einem anderen Schlüsselbegriff, den wir vielleicht ganz zum Schluss noch einmal behandeln sollten, den Bedanken der Ähnlichkeit. Meine Frage ist jetzt zur Empathie, dass wir ja heute wissen durch die Neurowissenschaften, und das kann man durch Bildgebungsverfahren offenbar zeigen, dass die Grenzen der Empathie leider relativ eng sind, so auf etwa 150 bis 200 Personen sich begrenzen. Und sie selber sagen, Empathie muss geübt werden. Das heißt, die Fähigkeit der Empathie kann geweitet werden, bis zum Kosmopolitischen und Urbanen. Meine Frage ist, das würde ja bedeuten, dass dieser Begriff vor allen Dingen von zentraler Bedeutung ist für die Frage der Erziehung. Sehen Sie das auch so? Ja, vielen Dank, dass Sie diesen Begriff noch einmal ansprechen. Denn tatsächlich, was mich fasziniert hat an diesem Begriff, den gab es am Anfang des 20. Jahrhunderts in der Psychologie und vielleicht auch in der Philosophie, aber er hat sich gar nicht besonders durchgesetzt. Und dass er wieder erschienen ist, und zwar eigentlich durch die Naturwissenschaften, wieder neu aufgelegt wurde, ist eine ganz andere Entwicklung. Und man kann wirklich, ist mir einmal aufgefallen, ich habe das verglichen, die Publikationsdaten der Empathiebücher, die fangen mit dem Jahr 2000 an. Also wir haben da eine richtige Schwelle, wo wir sagen, hier haben wir ein neues Paradigma. Und zwar eigentlich ist es ein Begriff, der uns, den Geisteswissenschaften, eigentlich gehört, aber er kommt zurück, gespielt über die Naturwissenschaften. Und genau wie Sie sagen, es sind die bildgebenden Verfahren, die plötzlich ermöglichen, dass man Hirnströme und Synapsen in aktu beobachtet und dabei auch Messungen vornehmen kann. Und natürlich damit verbunden auch sehr viele weitere empirische Versuche bei Tieren und bei Menschen. Also ich denke an Doris Köhler-Bischof, die das in einer Kindergartengruppe schon vor dem Jahr 2000 festgestellt hat, dass Kinder zwischen zwei und drei Jahren anfangen, empathiefähig zu werden und es vorher nicht sind. Also auch ganz spannend, dass nämlich so eine Form des Mitfühlens und Mitdenkens sich in diesem Zeitraum entwickelt. Und sie hat das so nachgemessen, dass eine Kindergärtnerin einen Teddy hatte, der mit einer Sollbruchstelle der Arm entfernt werden konnte. Und das hat sie dann sozusagen in der Gruppe gemacht. Der Arm war plötzlich ab und sie hat getrauert und getrauert. Und wollte mal schauen, wie haben die Kinder reagiert. Und die jüngeren Kinder haben völlig unbehelligt weitergespielt, haben das gar nicht gemerkt. Während alle älteren Kinder plötzlich verlegen waren und sich Handlungen ausdachten. Und die einen standen nur irgendwie unbeholfen rum und schauten ihr zu und die anderen boten ihr ein anderes Spielzeug an oder haben ihr irgendein Prost zugesprochen. Also dass Kleinkinder dazu in der Lage sind, ist offensichtlich. Und die Frage ist natürlich, ob die Empathie dann auch Chancen hat, sich zu entwickeln. Dafür braucht sie ein Umfeld und sie braucht eine Entwicklung und eine Bildung. Und hier kann man ja sagen, dass auch die Grenze der 150 oder wie viele Personen auch überschritten wird, durchaus in den Filmen und in den Büchern, die wir lesen oder sehen. Also wir sind empathiefähige Menschen, können uns in diese Perspektiven eindenken. Und man kann sagen, die Literatur, die Kunst ist eine große Schule der Empathie. Auf dem Theater, auf der Bühne können wir uns in diese Figuren alle mit hineinversetzen. Das ist eine Stärkung sozusagen dieser Fähigkeit. Aber gleichzeitig haben Sie auch recht, es gibt die Möglichkeit, diese Empathie sehr selektiv einzusetzen und sie auch abzustellen. Ich vergleiche das mit einem Schalter, Lichtschalter. Man kann sie anstellen und abstellen. Und so ist das meistens. Man hat sehr viel Empathie für die Eigengruppe und null Empathie für die Fremdgruppe. Und diese Empathiesteuerung hat ja auch in der Nazizeit sehr, sehr gut funktioniert, sodass wirklich diese Urregungen der Mitmenschlichkeit unterdrückt worden sind. Also Empathie lässt sich ausschalten durch nicht hinschauen, durch sich den Dingen nicht aussetzen und so weiter. Und umgekehrt ist das Lernen hinzuschauen, eben auch eine Form Empathie zu steigern und eben auch über die Eigengruppe hinaus zu entwickeln. Und dasselbe gilt auch für die Stereotypen, in die wir andere Menschen einkerkern. Gewissermaßen die Festlegung auf bestimmte Bilder, Begriffe und auch Erwartungsstrukturen. Das sind Formen der Kategorisierung. Und die Möglichkeit besteht immer darin, etwas Gemeinsames mit diesen Menschen zu entdecken, was sie wieder zugänglich macht. Und tatsächlich von Joachim Bauer stammt der schöne Satz, Dekategorisierung ist Rehumanisierung. Also wenn wir diese Kategorien Käfig sozusagen sprengen, dann kann der Mensch wieder aus diesem Käfig heraustreten und mit dem kann man sich wieder ganz neu begegnen. Also diese Formen des Umperspektivierens, die Möglichkeit, sich auch in die Schuhe des anderen zu stellen, dessen Blick für eine Weile zu übernehmen, das sind wirklich menschliche Ressourcen, die aber, wie gesagt, einen Rahmen brauchen, in dem eben nicht die ganze Gesellschaft unter einen Bedrohungsdruck gesetzt wird, dem Fremden gegenüber. Also der Antisemitismus war ja ein solcher ganz intensiver Rahmen, der Kindern bereits schon eingebläut hat, eine unglaubliche Angst vor Juden zu entwickeln. Also das geht dann so weit, dass die Kinder, also in der Tafel, in der ersten Klasse stand schon über der Tafel, über der Klasse, die Juden sind unser Unglück. Das war dann eine Dauerkonditionierung und in den Schulaufsätzen war davon die Rede vom Giftpilz, dem sieht man sein Gift nicht an, aber viele Menschen verheeren das, richtet er an und so weiter. Dieses Dauerbedrohungsbewusstsein gegenüber dem Fremden, das kann man ganz, ganz, ganz tief hineinsozialisieren und das ist eben eine toxische Form der Zerstörung von Mitmenschlichkeit, die zu den allerschlimmsten Katastrophen führt, wie wir wissen. Und deswegen ist auch heute wieder jede Form der Spaltung des Menschen vom Mitmenschen in Richtung Fremdenfeindlichkeit ein unglaubliches Alarmsignal in unserer Gesellschaft und dass das auch in anderen europäischen Ländern und auch mit dem Internet im Moment forciert wird, ist eine riesengroße Sorge. Also man muss dem etwas entgegensetzen und die Empathie, ja, die kann man einsetzen, aber man muss sie pflegen und man muss sie als eine Ressource eben auch fördern. Ja, Frau Ersmann, damit komme ich zu dem Gedanken, den Sie auch ausführen im Zusammenhang mit der Empathie, dass sich Empathie sogar steigern lässt bis zu der Vorstellung der Ähnlichkeit. Das heißt, dass wir also jenseits der kulturellen und religiösen Differenzen ein gemeinsames in der Ähnlichkeit entdecken. Vielleicht, dass Sie dazu zum Schluss noch etwas sagen, weil dieses auch in Ihrem Epilog gewissermaßen, in dem Ausklang nochmal betont wird, als eine große Möglichkeit, die wir eigentlich viel stärker heute in den Fokus rücken sollten. Vielleicht, dass Sie dazu ein Wort sagen. In der Tat, also ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass die Menschen die Fähigkeit haben, selektiv wahrzunehmen. Und das kann ab und zu auch gut sein, denn es ist immer die Frage, worauf man fokussiert. Fokussiert man auf die Differenzen oder fokussiert man auf die Ähnlichkeiten? Das sind Fragen der Einstellung des Blicks, die wir einüben können. Und in dem Moment, wo Menschen, die uns fremd gegenüberstanden, mit denen wir gar keine Verbindung hatten, in dem Moment, wo wir sie etwas besser kennenlernen, mit ihnen ein gemeinsames Projekt haben oder ein Gespräch geführt haben, verändert sich unsere Perspektive vollkommen. Und plötzlich fokussiert man auf das, was man gemeinsam hat und nicht mehr auf das, was einen trennt. Und man kann dann das Trennen eben dann auch einklammern. Und diese Fähigkeit des Umperspektivierens, nicht nur sich in die Perspektive der anderen hinein zu versetzen, sondern bei sich selbst eine solche Umperspektivierung einzuleiten, das ist eigentlich etwas, was mit jeder menschlichen Begegnung automatisch einhergeht. Die Menschen verändern sich ja in der Begegnung, im Gespräch, in der Aktion, in der gemeinsamen Nähe, die man aufbaut, in der Nachbarschaft, wenn man immer in derselben Schlange steht und weiß, man kennt die Abläufe, man sieht den morgens zum Joggen laufen und so weiter. Und plötzlich hat man eine gemeinsame Welt zusammen. Und die Frage ist immer tatsächlich, ob man sich auf diese Ähnlichkeiten dann beziehen kann als etwas, was Vertrauen schafft, was vor allem auch die gemeinsame Welt, in der man auch gemeinsam lebt, festigen kann. Das heißt, eine Ingredienz, das nennen wir auch gern Gemeinsinn, entwickeln kann. Ein Gemeinsinn, der eben die anderen nicht sich unterordnet und angleicht an eine Mehrheit, sondern ein Gemeinsinn, der den anderen einbezieht. Also eine Form des aktiven, sozialen, prosozialen Gemeinsinns, der diesen Kreis der Meinigen oder die zu mir gehören, erweitert über die Eigengruppe hinaus. Und da ist tatsächlich dieser Begriff der Ähnlichkeit, der uns von einem Kollegen aus Delhi sozusagen als Geschenk mitgebracht wurde, hier an die Uni Konstanz, hat bei mir gezündet, muss ich sagen, weil ich das auch sofort auf die Literatur übertragen konnte. Ein Beispiel ist mal zum Beispiel Shakespeare's Kaufmann von Venedig. Das ist ein Stück, in dem ja jemand auftritt, der Shylock heißt und der wirklich, der Inbegriff aller christlichen damaligen Stereotypen ist, die die Geschichte ersonnen hatte, der also vollkommen in dieses Stereotype-Bild gepresst wird. Und der kriegt dann einen Auftritt und eine Rede, eine Rede, in der er über sich selber spricht, die anfängt mit den Worten, hat nicht ein Jude Augen und so weiter, fühlt er nicht so, wie ihr fühlt. Und plötzlich ist das ein Selbstporträt des Juden als einem Menschen, der so ist wie ihr auch, ihr Zuschauer, die ihr hier gerade sitzt. Und in dem Fall endet diese Rede, das ist ein Drama der Empathiewechsel, weil erst fängt man an mitzufüllen und dann am Schluss endet diese Rede mit und wenn der Jude sich rächen möchte, muss er sich dann nicht auch rächen. Ihr rächt euch doch auch, wir auch. Also es endet dann auch nicht mal auf einem mitmenschlichen, sondern auf einem wirklich wieder auseinander treibenden Ton. Aber dieses Wechselbad der empathischen Gefühle einer Figur gegenüber ist von Shakespeare, würde ich sagen, großartig inszeniert, um das bei jedem Menschen fühlbar zu machen. Also mit der Empathie kann das und das passieren. Wir können so oder so reagieren auf eine Person. Und da geht es immer nur darum, ist der so wie ich oder ist er ganz anders? Und diese Frage der Ähnlichkeit oder der Unterschiede oder der Differenz, das hat der Anil Barty, der uns da viel beigebracht hat, ganz schön auch zusammengefasst, als er geschrieben hat, man ist zwar nicht gleich, aber auch nicht ganz anders. Also man ist nicht ganz gleich, aber auch nicht ganz anders. Und ich würde sagen, diese mit solchen Quäntchen sozusagen mal zu operieren und nicht das Ganze zu wollen, sondern einfach diese Übergangs- und Kippmomente auszuprobieren und festzustellen, man kann sich ja anders assoziieren, als wir das tun. Wir können diese Grenzen viel leichter überwinden. Sie sind viel durchlässiger, als wir uns das vorgestellt haben. Das ist, glaube ich, auch etwas, was die Literatur sehr stark unterstützen kann. Ja, liebe Alena Aßmann, ich denke, wir sollten das als ein Schlusswort betrachten, mit dem wir Ihnen danken, dass wir dieses Gespräch führen konnten über die, mit der optimistischen Aussicht, dass es vielleicht doch möglich ist, dass wir zu einem neuen Gesellschaftsvertrag kommen könnten und dass wir damit auch hinauskommen über dieses abgründige Verdikt von Friedrich Nietzsche, der ja behauptet hat, der Mensch sei eigentlich nichts anderes als das noch nicht festgestellte Tier, dass wir also darüber hinauskommen können. Und dafür bin ich Ihnen dankbar und wir alle. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Osten. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch von mir für das tolle Gespräch, Alena Aßmann und Manfred Osten. Ich bin sehr inspiriert, finde sehr nachdenkenswert auch die Gedankengänge zum Thema Empathie, gerade in diesen digitalen Zeiten, wo wir in den letzten 90 Minuten ja quasi eine virtuelle Gemeinschaft gebildet haben über viele Orte hinweg. Ja, wie versprochen, ein kleiner Ausblick auf die kommende Veranstaltung. Am 31. Mai wird hier zu Gast sein, Seran Artisch, die Gründerin der Berliner Ibn Rushd-Göte-Moschee, die sich dem progressiven Islam widmet. Ja, der Name sagt es Ibn Rushd-Göte-Moschee. Wer Manfred Osten kennt, wird erahnen, dass natürlich auch der Namensgeber an dem Abend eine große Rolle spielen wird. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Mehr zu dem Abend und auch zu weiteren Terminen finden Sie auf der Orania-Website, wie auch für den Fall, dass Sie die Orania unterstützen möchten, was uns sehr freuen würde, die Informationen für eine Spende. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.